Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Streifen auf meinem Kanal. Hammerhalterungen für die French Gliedwand, davon gibt es ja schon ungezählte Videos auf YouTube. Nun gut, ich beschreibe heute mal meinen Weg. Wenn irgendjemand dabei ist, der sich davon etwas mitnehmen kann, dann hat sich für mich dieses Video schon absolut gelohnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.